Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Dokumentationszentrum Topografie des Terrors zur heutigen Präsentation des Buches Die echten falschen Hitler-Tagebücher. Ich begrüße die Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal und diejenigen, die uns an ihren Endgeräten folgen, denn diese Veranstaltung wird wieder live gestreamt. Sie, also die Zuschauerinnen und Zuschauer daheim, haben auch die Möglichkeit, sich virtuell an der Diskussion zu beteiligen. Sie können per E-Mail Fragen stellen, die dann in der anschließenden Diskussion beantwortet werden. Die E-Mail-Adresse lautet diskussion.topografie.de, diskussion.topografie.de. Die E-Mail-Adresse wird während der Veranstaltung auch laufend eingeblendet. Bitte machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, sich so zu beteiligen. Die heutige Veranstaltung führen wir gemeinsam mit dem Moses-Mendelsson-Zentrum für europäisch-jüdische Studien durch. Sie ist Teil der Reihe Rechtsextremismus in Vergangenheit und Gegenwart. Ein weiterer Veranstalter ist der Merz-Verlag, in dem das Buch erschienen ist. Ich begrüße ganz herzlich den Verleger, Herrn Richard Stoiber. Vorne gibt es auch einen Büchertisch. Sie können das Buch, ich halte es hier nochmal hoch, erwerben. 28 Euro, ist das richtig, Herr Stoiber? 28 Euro, er nickt. Sie können das Buch nachher erwerben. Das Buch, das wir hier vorstellen, macht erstmals die von Konrad Kujau, einem, ja, wie soll man sagen, einem Militarierhändler, Fälscher und notorischen Kleinkriminellen verfassten sogenannten Hitler-Tagebücher in vollem Umfang der Öffentlichkeit zugänglich. Mit diesem Werk Kujaus ist der größte und spektakulärste Medienskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte verbunden. Die Publikation der vermeintlichen Hitler-Tagebücher entwickelte sich für den Stern-Flaggschiff des Verlags Gruner und Jahr 1983 zu einem peinlichen Desaster mit einem nachhaltigen Imageschaden und einer erheblichen finanziellen Belastung. Zum Entstehungskontext der Tagebücher und dem geschichtskulturellen Umfeld, um nicht zu sagen geschichtskulturellem Sumpf, aus dem sie dem Stern-Reporter Gerhard Heidemann und schließlich der Redaktion und Verlagsleitung von Gruner und Jahr angetragen wurden, erfahren wir gleich mehr. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich den Herausgeber, Herrn John Götz und die Autoren des Bandes, Frau Dr. Heike B. Görtemacher und Herrn Prof. Dr. Hajo Funke. Sie werden Ihnen gleich ausführlicher vorgestellt von unserem Moderator, Herrn Prof. Dr. Giedemann Bocz, den ich ebenfalls ganz herzlich begrüßen möchte. Herr Bocz ist Leiter des Emil Julius Gumbel Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien und außerplanmäßiger Professor für Politikwissenschaft an der Universität Potsdam. Herr Bocz publizierte zahlreiche Arbeiten zur Geschichte des Rechtsextremismus, so zum Beispiel den einschlägigen Band die Extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute 2012 erschienen. Außerdem ist der Mitherausgeber des in diesem Jahr erschienen im Buches Rechte Ränder, Faschismus, Gesellschaft und Staat. Zum Ablauf des Abends nach der Buchvorstellung durch Herrn Götz wird es ein Podiumsgespräch mit den Autoren geben, moderiert von Herrn Bocz. Danach können Sie, meine Damen und Herren, Fragen an das Podium richten, hier im Raum oder virtuell per E-Mail. Ich wünsche uns jetzt allen einen spannenden und lehrreichen Abend und nun übergebe ich an Sie, Herr Bocz. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Sie haben schon gemerkt, dass wir eine Art verbalen Stolperstein für Emil Julius Gumbel gesetzt haben, denn die Länge des Titels führt tatsächlich immer zu einem Stolpern, aber das ist nicht unerwünscht, denn wir sind ja auf unseren Namenspatron sehr stolz und wenn Sie sich mal angucken, wer dieser Gumbel gewesen ist, dann verstehen Sie vielleicht, warum das so ist. Wir setzen mit dieser heutigen Veranstaltung heute Abend die Reihe, die wir letztes Jahr begonnen haben, zusammen mit der Topografie des Terrors fort, wenn wir uns den gefälschten Hitler-Tagebüchern widmen. Wir haben uns mit der Topografie des Terrors vereinbart, dass wir etwa zwei Veranstaltungen im Jahr machen wollen. Die nächste wird dann also turnusgemäß im November stattfinden und das soll am 14. November sein. Hier hätte mein Großvater jetzt die Buchstaben SGW dahinter gesetzt, also so Gott will, und wenn alles klappt, dann wird es eine Vorstellung eines Sammelbandes zu echten, nicht gefälschten Biografien von Rechtsextremen in der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte sein, den Christoph Kopke und Carsten Wilke mit meiner Beteiligung dieses Jahr herausgeben beim Verlag De Kreuter. Also achten Sie gerne auf unsere Ankündigungen auf unseren Webseiten der Topografie und des Moses Mendelssohn-Zentrums, wie auch der Social Media Ankündigungen, wie es mit der Reihe weitergeht. Für den heutigen Abend konnten wir tatsächlich alle drei an der Dokumentation der gefälschten Hitler-Tagebücher beteiligten Persönlichkeiten aufs Podium bringen, was mich ganz besonders freut. Den Herausgeber des Bandes, John Götz. John Götz ist investigativer Journalist. Er schrieb oder schreibt unter anderem für die Sunday Times, Los Angeles Times und Süddeutsche Zeitung. Er war Redakteur beim Spiegel, also dem Blatt, was sich relativ früh positionierte und die Tagebücher Kujaws als Fälschung bezeichnete. Aus sehr interessanten Gründen, das werden wir gleich sicherlich noch hören. Er war auch Autor von zahlreichen Fernsehbeiträgen, unter anderem bei Panorama und er ist beschäftigt beim Norddeutschen Rundfunk. Seine Recherchen waren beteiligt in der Aufdeckung mehrerer politischer Skandale und Geheimdienstskandale. Für unseren Kontext besonders wichtig, besonders hervorzuheben die Gedenkaktivitäten lettischer Waffen-SS-Angehöriger und deren Finanzierung, sowie auch Recherchen im Umfeld der NSU-Terrorzelle. Neben ihm sitzt Heike Görtemaker, Historikerin. Frau Görtemaker promovierte mit einer biografischen Studie über die Journalistin Margret Boveri. Ihre Arbeit über Eva Braun aus dem Jahr 2010 kann als das maßgebliche Werk zu Hitlers Gefährten gelten. Dass dazu vom Stern eine Titelgeschichte erschien, ist vielleicht, sprich vielleicht für einen Lerneffekt bei dem Magazin, einen teuer erkauften Lerneffekt, sich lieber ein gesichertes historisches Wissen zu halten, als an windige Hitlerfreaks. An die Eva-Braun-Biografie schließt Heike Görtemakers Darstellung über Hitlers Hofstaat aus dem Jahr 2019 an, also noch in wissenschaftlichen Kategorien ziemlich frisch. Und Frau Görtemaker hat die Einleitung zu dem Band verfasst. Hajo Funke ist Politikwissenschaftler und nach einer eingehenden Beschäftigung mit Antisemitismus und jüdischer Immigration während der 1980er Jahre hat er sich seit Beginn der 1990er dem Phänomen des Rechtsextremismus in der Nachkriegszeit zugewandt, das ihn nicht mehr loslässt, wenn ich das so sagen darf. Denn sie publizieren eigentlich ununterbrochen seit Beginn der 1990er Jahre zu diesem Thema. Ich kann die vielen Arbeiten, die dazu erschienen sind, jetzt nicht hier erwähnen. Insbesondere ich kann nur darauf hinweisen, dass er sich im Kontext der NSU-Aufklärung in jüngerer Zeit stark engagiert hat. Eines ist für unseren Kontext ganz besonders wichtig. Während des Prozesses David Irving versus Deborah Lippstadt in London trat er als Sachverständiger für die Beklagte auf. Lieber Hajo Funke, auch wenn Sie es nicht in den Hollywood-Spielfilm gebracht haben und Eva Menasse in ihrem Bericht vom Prozess ein etwas seltsames Bild von Ihnen gibt, muss ich sagen, muss man denke ich eines ganz deutlich sagen. Es ist Ihnen und Ihrem Team zu verdanken, dass die dichte Einbindung Irwins in transatlantische rechtsextreme Netzwerke im Prozess nachgewiesen werden konnte. Das wird am Rande heute auch nochmal eine Rolle spielen, denke ich. Im Rahmen des Buches haben Sie, Herr Funke, an ausgewählten Beispielen eine Einordnung der Kujau-Fiktion in den tatsächlichen historischen Kontext vorgenommen. Das geschieht vor dem Hintergrund von Hajo Funkes letzter Buchveröffentlichung. Ich halte es mal hoch. Der Kampf um die Erinnerung Hitlers Erlösungswahn und seine Opfer im VSA Verlag erschienen. An diesem Ort der Topografie des Terrors und mit Blick auf die Fälschung der Hitler-Tagebücher ist es angemessen, an Josef Wulff zu erinnern. Die Prinz-Albrecht-Straße als historischer Ort geriet in den Blick der Öffentlichkeit nach dem Wulffs Projekt eines internationalen Dokumentationszentrums zur Geschichte des Nationalsozialismus mit wissenschaftlichem Anspruch und auf Quellenarbeit gestützt, nachdem dieses Projekt 1970 gescheitert war, sodass die Topo letztendlich zu den Nachfolgeprojekten der Wulff-Initiativen zu zählen ist. 1971, als Hajo Funke gerade am Ottosur-Institut sein Diplom in Politikwissenschaft ablegte, wenn Wikipedia nicht lügt, 1971 machte Wulff der Freien Universität den Vorschlag für ein mehrjähriges Forschungsprojekt zur Memoristik des Dritten Reichs. Wulff bescheinigte in seinem Exposé der Memoirenliteratur die, Zitat, Methode des Verschweigens, Entstellung und Fälschung und dass den anderen hier systematisch die Schuld an Fehlern und Verbrechern gegeben werde. Wulff machte ausdrücklich auf Dokumentationen in Massenmedien, Rundfunk und Fernsehen aufmerksam und beobachtete darüber hinaus, wie diese Memoiren in Ernst, ich zitiere nochmal, Wulff ernstzunehmenden wissenschaftlichen Arbeiten als Quellen zitiert werden. Im Wesentlichen unkritisch, Zitat Ende. Anders als seiner professionellen akademischen Historikerkollegen sieht er schon zeitgenössisch den Bedarf einer kritischen Würdigung dieser Literatur. Die FU und Wulff haben diesen Antrag nicht weiter verfolgt, bekanntlich geriet er 1973 in eine tiefe Lebenskrise und beging im folgenden Jahr Suizid. Just in diesem Jahr 1973 erschienen zwei Publikationen, die für das Umfeld der Kujau-Fälschung von gewisser Bedeutung sind. Die Auschwitz-Lüge von Thies Christophersen als neonazistischer Ansatz zur Negation der Schoah, sowie ebenfalls 1973 die Hitler-Biografie des Historikers Joachim Fest. Wie stark sich Fest trotz aller Verdienste seiner Arbeit von den Erinnerungen von Zeitzeugen beeinflussen ließ, hat er später selbstkritisch reflektiert. Für unseren Zusammenhang ist aber wichtig, dass Festbiografie am Anfang einer Erscheinung der 1970er Jahre stand, die zeitgenössisch als Hitlerwelle bezeichnet worden ist. Und im Schatten dieser Hitlerwelle erschienen zahlreiche, da nicht mehr wissenschaftliche Dokumentationen in Anführungsstrichen und auch offen verherrlichende Schriften, Artikelreportagen und so weiter. Ein Interesse am Führer, gerade unter jüngeren Deutschen, das Michael Kühn und andere Aktivisten der ersten Neonazi-Generation, in ihrer Einschätzung bestärkte ein offenes Bekenntnis zu Hitler und zum Nationalsozialismus könne sich propagandistisch lohnen. Und erst Ende der 1970er kam es zu einem erinnerungspolitischen Wendepunkt, als die Miniserie Holocaust trotz rechtsextremer Angriffe zum Beispiel auf Fernsehinfrastruktur in Deutschland ausgestrahlt werden konnte. Man kann aber, denke ich, sagen, dass erst das Fiasko der Tagebücher im Stern das Ende jener verstörenden Hitlerwelle mit sich brachte. Einige Monate nach der Veröffentlichung im Stern erschien übrigens eine Neuauflage der Dokumentation des deutsch-schweizerischen Journalisten Harry Pross, die Zerstörung der deutschen Politik. Pross hatte sich in den 1950er Jahren zur Herausgabe von Originalquellen über die Vorgeschichte der NS-Herrschaft entschieden, weil er mit Unruhe auf Tendenzen zur Apologie und Selbstentlastung schaute. Er wollte jenem, Zitat, typischen Argumentieren aus dem inneren Erlebnis begegnen, welches im Dabeigewesensein das höchste Maß an erreichbarer Objektivität erblickt. Zitat Ende. Welche Potenziale für eine apologetische Darstellung des Nationalsozialismus in einem scheinbaren Originaltagebuch Hitlers stecken mussten, damit wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Und wir werden das in Form eines Gesprächs auf dem Podium machen. Deswegen werde ich jetzt mich wieder hinsetzen und dieses Mikrofon einschalten. Wir beginnen mit Herrn Götz, links von mir. Sie hatten ja, wenn ich das richtig gesehen habe, keinen Zugang zu den Originaltagebüchern, beziehungsweise nur einen ganz kurzen Besuch in dem Tresorraum. Trotzdem konnten Sie den ganzen Text dokumentieren. Ich bin neugierig. Wie ist Ihnen das gelungen? Und was haben Sie bei Ihren Recherchen über den Kreis und Konrad Kujau erfahren? Ich wollte mal kurz nur sagen, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Als ich, ich glaube, es war 2007, angefangen habe beim Spiegel als Redakteur, begegnete man immer wieder Kollegen, die zu der Nanenschule gegangen sind. Und vorher war das mir kein so richtiger Begriff. Und man merkte, da gab es so ein Verehrungskräut um diese Nanenschule. Und dann, glaube ich, 2010 habe ich selber diesen Nanenpreis gewonnen für eine spiegelische Geschichte. Und ich wusste wirklich nicht viel über den, außer dass er anscheinend ein verehrter Vorbild für Journalisten sei. Und da habe ich schon damals damit angefangen, so wer ist dieser Mann und warum sozusagen. Und ich weiß, wie ich das ziemlich merkwürdig fand, als ich herausgefunden habe, dass er der Herausgeber vom Stern war, als Stern die größte Blamage der Geschichte des deutschen Journalismus. Also und ich fand das also relativ unerklärlich, wie man einen Preis in einer Schule nach jemandem nennt, der verantwortete der größte Skandal und Blamage des deutschen Journalismus. Das war für mich schwer zu begreifen. Also und habe dann sozusagen mich immer wieder danach gefragt, also wie das sein kann. Und kam dann auf die Idee, irgendwann mal sozusagen zu lesen, was gibt es eigentlich von den Tagebüchern. Und damals, als ich angefangen habe, so 2012, 2013 in der Zeitraum, es gab nur zu lesen die Auszüge, was in die ersten zwei Ausgaben von Stern damals erschien. Es gab eigentlich zwei Ausgaben, eine dritte ist vorbereitet, also nie erschienen, aber wo Auszüge aus den Tagebüchern da vorkommen. Und eigentlich sind die geschriebenen Geschichten, diese nächsten nur Auszüge, wo nur Zitate vorkommen. Und da dachte ich, ja, das muss man da irgendwie lesen können. So was ist eigentlich sozusagen, das hat man irgendwie gelernt, denkt man so Primärquelle. So was ist eigentlich sonst da drin? Und es war für mich erstaunlich, dass eigentlich in dieser ganzen Bücher und die wissenschaftliche Aufarbeitung der Hitler-Tagebücher, dass niemand die jemals gelesen hat. Also ich bin bis heute irgendwie, also verdattert davon, dass man 40 Jahre lang sehr viel darüber reden kann. Also richtig zu viel. Also so bis zu dem Punkt, wo man irgendwie das gehört hat, oh Gott, das Thema will ich nicht mal hören. Also und niemand, die auf die Arbeit gemacht hat, die Tagebücher tatsächlich zu lesen. Und das ist wirklich der Fall. Also wenn Sie sehen, die Publikation, die es gibt, auch die wissenschaftliche, es hat niemand die Tagebücher gelesen. Also außer diese Auszüge, die im Stern am Anfang sozusagen sind. Und da habe ich mich gefragt, wo findet man die? Und es ist, es gab so mal eine Pressemeldung. Also Stern gibt die Hitler-Tagebücher an das Bundesarchiv. Und da rief ich damals das Bundesarchiv an und sagte, ja, ich würde da irgendwie gerne lesen. Ne, die Presseerklärung gab es und so, aber es ist nie zustande gekommen. Und dann, wenn man in die Polizeimuseum in Hamburg gibt es ein Band, ist es hinter einer Vitrine und man darf aber das Tagebuch nicht lesen. Auch in Haus der Geschichte gibt es auch ein Band, wo auch die gleiche Regelungen, also die Übergabe sozusagen im Vertrag. Also sogar bei diesen Polizeimuseen in Hamburg war das so, also bis unsere Veröffentlichung, dass sogar in der virtuelle Durchgang der Polizeimusee in Hamburgs haben die die Tagebücher verzerrt. Das dürfte man irgendwie auch so an den Vorbeilaufen nicht lesen. Und ich dachte, also, das kann echt nicht wahr sein. Und dann habe ich dann erkündigt beim Stern und es stellte sich raus, dass es da in ein Tresur beim Stern waren, die 60 Bänder. Und wenn man am Anfang gefragt hat, also dürfte man die nicht, also nein, gar nichts. Mehrere Jahre später hieß das, dass man eine Stunde in den Raum dürfte und die 60 Bänder unter Aufsicht nicht fotografieren dürfte. Und man muss auch wissen, das ist Altschrift, das ist also so auch ein Mischmasch von verschiedenen Altschriften. Und ich sage mal, mit einer Stunde mit Aufpasserin könnte man vielleicht drei oder vier Absätze lesen. Das ist sehr schwer zu lesen, den Kram. Gut, entschuldigen, dass ich es so lange ausgeschwaffert habe. Aber also, wie sind wir an die Tagebücher gekommen? Es gab damals eine Journalistin, also die von der Sunday Times damals beauftragt worden ist, den Fall zu untersuchen, weil die Sunday Times ist auch betrogen worden damals. Und die Sunday Times hat Gitta Serenny, eine damalige sozusagen Journalistin, also die mit historischen Themen viel zu tun hatte, hat dann sechs Monate lang von Rupert Murdoch irgendwie den Auftrag bekommen, zu untersuchen. Und in ihr, also als sie gestorben ist, haben ihre Kinder ihre Papiere alles weggeschmissen. Also wollte er irgendwie nichts aufheben. Und die Papiere sind gelandet in so einem Rare Books Dealer, der eigentlich den Kram wegschmeißen wollte. Und da hatte mein Kollege Antonius Kempmann Kontakt mit ihm aufgenommen. Und dort haben wir dann die erste Bände aus den 30er Jahre in Fotokopieform gefunden. Und das war so 2014 so ungefähr. Es war aber nur die 30er Jahre. Und da sieht man schön, wo die Reise hingeht. Da sieht man schön, wenn man das anguckt, das ist ein anderes Hitlerbild. Also da ist Hitler irgendwie gegen die Nürnberger Rassengesetze. Also da kriegt man schon mit. Aber eigentlich, es war nur, als wir die 40er Jahre gefälschte Tagebücher bekommen haben, war man sicher, was eigentlich sozusagen das Projekt war. Und das haben wir in den Vorlass von den Kujau-Strafverteidiger Kurt Gwonewold bekommen. Dann war das eine sehr große Aufgabe, die Dinge zu lesen. Das ist Sparig, die Erzählung darüber. Aber nachdem man hingesetzt hat und das gelesen hat und gesehen, dass Hitler war, wie gesagt, gegen die Nürnberger Rassengesetze, er war für eine, wusste nichts vom Holocaust, also wollte eine Heimat für die Juden in Ungarn organisieren, bemüht sich um Termine mit Horthy und Horthy hat keine Zeit und so. Also und dann kam für die Recherche, oder vielleicht habe ich zu viel geredet. Ja, zwei Minuten haben Sie. Okay. Dann kam für die Recherche die Frage, also ich dachte immer, dass Kujau irgendwie so ein lustiger Thomas Gottschalk Gast und also in Spiegel TV als Experte über Fälschungen, so ein lustiger Typ. Also ich dachte, das ist ein Fälscher. Und ein Fälscher, wenn ein Fälscher ein Picasso-Gemälde fälscht aus der blauen Periode, er liefert kein oranges Bild. Ja? Also und man sieht, da ist eine bewusste falsche Fälschung. Ja? Also da ist ein falscher Hitler dargestellt. Das ist nicht irgendwie. Es hieß, ich dachte immer, es sei alles langweilig, banalen Kram. Aber eigentlich, da sieht man, da ist ein System drin, da ist eigentlich eine Intention, da ist eigentlich ein Absicht zu lesen, wenn man die Tagebücher liest. Und dann, und vielleicht kann man später darüber reden, fingen wir an mit unseren Recherchen, wer fälscht falsch. Ja? Also und es gibt, ich sage mal, es gibt Beispiele in der Geschichte, also von bewussten falschen Fälschungen. Also zwei fallen mir ein. Also die Briefe, die mit den Dreifelsverfahren zu tun hatte. Und die Protokolle der Weisen von Zion. Also sind schön. Und wir kommen dann später dazu. Man wird sehen, dass Beteiligte an dieser Hitler-fähigen Werkstatt, also einer von denen war ein Herausgeber auch von den Protokolle der Weisen von Zion. Aber eben, jetzt höre ich auf. Vielen Dank. Aber das wollten wir ja genau von Ihnen hören. Das macht die ganze Sache ja auch zu einem Krimi im Krimi. Dass der Tagesspiegel das weggeschlossen hat, kann man, wenn man es dann liest, ja angesichts der miserablen Qualität dieser falschen Fälschung dann ja irgendwo fast sogar nachvollziehen. Das macht die Sache ja noch peinlicher. Frau Göttemaker, Ihnen muss das doch ganz besonders aufgefallen sein. Sie kennen ja besonders gut den inneren Kreis zum Hitler. Sie haben ihn, glaube ich, als Ersatzfamilie bezeichnet oder diesen Begriff zumindest aufgegriffen. Dieser private Hitler taucht ja in den Tagebüchern erstaunlich wenig auf. Nur Eva Braun eben immer regelmäßig als enge Vertraute. Welches Bild von Hitler vermittelt Kujau? Und inwiefern, das würde mich besonders interessieren, inwiefern ist es anschlussfähig an zeitgenössische Hitlerbilder der 70er und 80er Jahre? Aber auch, wo kontrastiert das mit dem realen Diktator, wie Sie ihn aus Ihren Quellenstudien in Anführungsstrichen kennenlernen mussten. Also zunächst einmal möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, auf die Frage, weshalb es Sinn macht, jetzt nach vier Jahrzehnten diese Tagebücher am Wortlaut zu publizieren. Das hat John Götz ja auch schon gesagt. Bisher herrschte nämlich in der Öffentlichkeit der Eindruck vor, als handelt es sich bei diesem Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher um einen Scherz, ein Klamauk, einen Spaß. Filme wie Stonk oder von 1992 oder Faking Hitler von 2021 sind Komödien, die das Lächerliche, das Absurde aus dieser Geschichte herausstellen. Tatsächlich aber, und das wird beim Lesen deutlich, handelt es sich um einen ernstzunehmenden Versuch, das gesicherte Wissen über den Nationalsozialismus zu revidieren und Hitler als unschuldig an den NS-Massenverbrechen darzustellen. Für den Stern, das wurde auch schon klar, war diese Veröffentlichung natürlich eine unglaubliche Blamage. Ihr revisionistischer Inhalt dieser Tagebücher gefährlich. Die Verantwortlichen beim Stern, nicht zuletzt Gerd Heidemann, der Reporter, der diese entdeckt hat, entdeckt haben wollte, hatte gehofft tatsächlich, den Blick in die NS-Vergangenheit verändern zu können und damit selber in die Geschichte einzugehen. Tatsächlich aber mussten die Verantwortlichen beim Stern ja froh sein, dass diese Tagebücher und auch die Reportagen, zwei sind erschienen, schon relativ schnell, nachdem klar war, dass es eine Fälschung ist, vom Markt genommen werden mussten, bevor überhaupt alle Tagebücher gelesen werden konnten, in Deutschland und in der Welt. Und denn der Vorwurf, vom Vorwurf der völlig unkritischen Darstellung eines unschuldigen, unwissenden Hitler, ja sogar der Holocaust-Leugnung, kann man fast sagen, hätte sich der Stern wohl nicht mehr erholt. Also eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser Fälschung, wirklich mit den Texten, ist längst überfällig. Ich möchte tatsächlich, genau das ist mir beim Lesen sofort aufgefallen, also wie John Götz ja auch schon sagte, tatsächlich erschuf Kujau oder wer auch immer noch an diesen Tagebüchern beteiligt gewesen ist, einen ganz neuen Hitler, der nichts mit der historischen Figur zu tun hatte. Denn der echte Hitler, wie man ihn aus Reden, aus Proklamationen kannte, ließ keinen Zweifel an seinen menschenverachtenden völkischen Rassismus und an seinen Kriegsabsichten, sprach auch ganz offen, Zitat, von der Vernichtung des Judentums. Der fiktive Hitler dagegen in den gefälschten Tagebüchern ist ein Held, der unablässig für Frieden und Verständigung kämpft. Ich möchte an dieser Stelle mal drei Beispiele nennen, an denen deutlich wird, welches Hitlerbild in den Tagebüchern, in den gefälschten Tagebüchern verbreitet wurde. Einmal am Beispiel der Erwähnung der Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 auf dem Opernplatz in Berlin, die damals vom NS-Studentenbund organisiert worden waren. Mehr als 20.000 Werke unliebsamer Autoren und Autorinnen vor allem jüdischer Herkunft gingen damals dort in Flammen auf. In der Darstellung Kujaws wusste Hitler nichts von der Verbrennungsaktion, lehnte sie sogar ab. Der fiktive Hitler kritisiert Goebbels für die Bücherverbrennung, bedauert, dass er sie nicht mehr verhindern konnte und fürchtet sich vor der Reaktion des Auslands. Goebbels wird der kleine Hexenmeister genannt. Tatsächlich aber forcierten Hitler und seine Regierung schon von Anfang an die konsequente Entfernung von Kommunisten, Sozialdemokraten, Juden aus dem Kultur- und Wissenschaftsbetrieb. Zweites Beispiel das Pogrom vom 9. November 1938. Die Tagebücher vermitteln den Eindruck, Hitler habe von den reichsweiten antisemitischen Gewaltexzessen nichts gewusst, sei unbeteiligt gewesen, habe die offene Gewalt gegen Juden sogar verurteilt. Tatsächlich aber rief er zur Ausgrenzung und Vertreibung auf, indem er erklärte, eine echte Volksgemeinschaft könne es nur geben, wenn die Juden ausgeschaltet vertrieben werden und das vorher im September 1938 auf dem Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg. Dann das dritte Beispiel, der Sonderband, da gibt es ein Sonderband innerhalb dieser Tagebücher zum Flug von Rudolf Hess nach Schottland am 10. Mai 1941. Der Kriegsverlauf in den Tagebüchern wird ausführlich abgehandelt, vermutlich auf der Grundlage des Kriegstagebuchs des Oberkommandos der Wehrmacht. Überhaupt ist das Tagebuch, erscheint erst mal gar nicht als ein Tagebuch, sondern dort werden im Grunde historische Ereignisse auf vielen Seiten in Kurzform dargestellt. Und also Kujau hatte ganz offensichtlich eine Chronologie, vielleicht, ich denke mal an das Käsings Archiv der Gegenwart, aber auch den der Historiker Max Domarus, der Hitlers Reden und Proklamation herausgegeben hat, war auf jeden Fall eine Quelle von Kujau. Kujau selber hat sich im Nachhinein, hat das offengelassen, hat sogar erklärt, Max Domarus habe die gleichen Quellen benutzt wie er, nämlich den völkischen Beobachter und anderes. Also es bleibt unklar, wie Kujau oder auch andere dort an diesem Tagebuch gearbeitet haben und was dort alles eingeflossen ist, das bedarf noch der Analyse. Aber in diesem als Sonderband Hess gekennzeichneten Buch, dieser Kladde, zitiert Kujau zunächst einmal die offizielle parteiamtliche Verlautbarung vom 12. Mai 1941, wie sie tatsächlich auch bei Max Domarus abgedruckt ist. Und darin ist die offizielle Lesart der NS-Regierung, die Erklärung für den Flug von Hess, Spuren einer geistigen Zerrüttung, ja Wahnvorstellungen bei Hess seien der Grund gewesen. Anschließend aber geht Kujau über die Darstellung von Domarus, so wie wir sie finden, dort finden, also wie sie auch im völkischen Beobachter abgedruckt worden war, hinaus und macht seinen Hitler zum Mitwisser, ja Unterstützer der Pläne von Hess. Denn es war ja immer die Frage, bis heute eigentlich, war Hitler eingeweiht in den Flug von Hess, was wusste er darüber? Und Kujau beantwortete diese Frage in seinen gefälschten Tagebüchern und sagt, ja, Hitler wusste davon und hat diese Pläne, einen Frieden mit England zu machen, unterstützt. Also der fiktive Hitler bedauert dann auch in einem Abschlussbericht vom 16. Mai, dass mit der Verhaftung von Hessen nun der letzte Versuch einer Verständigung mit England fehlgeschlagen sei. All dies ist natürlich erfunden. Weder existiert ein solcher Bericht vom 16. Mai. Noch gibt es einen Hinweis darauf, dass Hitler von den Flugplänen seines Stellvertreters wusste. Ganz im Gegenteil. Dieses Trugbild aber eines immer friedensbereiten Hitler zieht sich durch sämtliche gefälschten Tagebücher. Es deckt sich tatsächlich mit dem wahnhaften Selbstbild des echten Hitler, so wie er beispielsweise in den Erinnerungen seines Luftwaffenadjutanten Nikolaus von Below dargestellt wird. Denn der zitiert Hitler mit den Worten vom Oktober 1939, er wolle Frieden, müsse aber erst noch England und Frankreich besiegen. Das heißt, er wollte also keinen Frieden mit England und Frankreich und das war es. Das ist ja auch gesichert, dass er das eben nicht wollte und Hess im Grunde deshalb flog, weil es auch keine Verständigung mit Hitler gab und er befürchtete oder ahnte, dass dieser Zweifrontenkrieg dann, also England und der Angriff auf die Sowjetunion stand bevor, nicht gewonnen werden kann. Also von Domarus hat Kujau diese Vorstellung eines gemeinsam mit Hess an einer Friedensstrategie arbeitenden Hitler nicht übernommen. Denn Domarus schreibt, Hess habe sich schon vor seinem Flug von Hitler distanziert. Trotz dieser fehlenden Fakten, die eigentlich bekannt waren, gab es dann nach der Verkündung, dass es diese Tagebücher gibt, am 5. Mai 1983 eine Reportage im Stern von Gerd Heidemann über Hitlers Komplott mit Hess, in der im Grunde eins zu eins, dass diese Darbietungen aus diesen gefälschten Tagebüchern wiedergegeben wurden. Was ist nun dieses Hitlerbild und wie unterscheidet es sich von der Realität? Noch einmal kurz zusammengefasst. Hitler wird in den Tagebüchern als unwissend an den Verbrechen dargestellt. Er habe von den Bücherverbrennungen, den Rassengesetzen, den Konzentrationslagern, später den Vernichtungslagern nichts gewusst. In der Fälschung fehlt fast jeder Hinweis auf Gewalt, Tod, Verbrechen, Antisemitismus, Rassismus. Kujaus Hitler kann sich sogar ganz oft gegenüber seinen viel radikaleren und gewalttätigeren Parteigenossen wie Himmler beispielsweise nicht durchsetzen, wird von den eigenen Leuten verraten. Inwieweit nun passte Kujaus Hitlerbild in die Zeit der Ende der 70er und 80er Jahre, in denen die Tagebücher geschrieben und vom Stern veröffentlicht wurden? Die Tagebücher bedienen tatsächlich das von der NS-Propaganda erschaffene, volkstümliche Bild vom einsamen, selbstlosen, unbestechlichen Führer, der über allen Parteien stand und mit den Verbrechen auch der eigenen Parteifunktionäre nichts zu tun gehabt habe. Dieses Bild, die Vorstellung von Hitler als gute Menschen mit schlechten Beratern, wie der Historiker Ian Körscher einmal spöttisch bemerkte, wirkte noch bis weit in die Nachkriegszeit hinaus fort. So hatten vor 1945 die Propaganda-Bände vor allem des Leibfotografen Heinrich Hoffmann, die ja bis Kriegsende in Millionenauflage erschienen sind, das Bild des Diktators in der Öffentlichkeit geprägt. Mit diesen Bildbänden wie Hitler, wie ihn keiner kennt von 1932, Hitler in seinen Bergen, Hitler abseits vom Alltag, Hitler erobert das deutsche Herz, wurde der NS-Führer geschickt in Szene gesetzt und Hoffmann erschuf, gemeinsam mit Hitler natürlich, aber auch mit anderen NS-Größen wie Baldur von Schirach, das Image eines genialen, väterlichen Führers, dessen Güte und Volksnähe ihn zum einzigen Hoffnungsträger der deutschen macht, nämlich der Volkskanzler, der jetzt sozusagen den Volkswillen umsetzt. Schon damals gab es ein unstillbares Verlangen des Publikums nach Bildern und das befriedigte Hoffmann, das auch mit privaten Aufnahmen, sogenannten privaten Aufnahmen, die Hitler auch meist einsam und allein zeigten auf seinem Berghof oder vorher noch auf dieser kleinen Berghütte als anspruchslosen Naturburschen darstellten. Nach 1945 knüpfte die Erinnerungsliteratur ehemaliger Nationalsozialisten und Unterstützer Hitlers dort wieder an, wo sie vor Kriegsende aufgehört hatten. Auch jetzt prägen Hoffmann und andere das Hitlerbild. Doch jetzt beispielsweise auch Otto Dietrich, Otto Meissner, selbst auch Franz von Papen, Baldur von Schirach und andere bemühen sich aber in ihren Entlastungserzählungen jetzt Distanz zu schaffen zum Nationalsozialismus, treten selber als völlig einflusslose und kenntnislose Dabeigewesene auf und erklären, allein Hitler habe die Verbrechen mit Millionen von Toten zu verantworten. Er sei bindungs- und gefühllos gewesen, ein Dämon, der das Volk und seine Parteigenossen belogen, manipuliert und auf Irrwege geführt habe. Es gab aber auch frühere Nationalsozialisten-Mitglieder des Inner Circle, die der Ansicht waren, Hitler selber sei belogen und ausgenutzt worden, seine Befehle seien nicht befolgt worden. In jedem Fall waren das Entlastungserzählungen nach 1945 und so schrieb beispielsweise auch Nikolaus von Below in seiner Erinnerung, dass er habe vom Ausmaß der Judenvernichtung, Zitat, erst 1945 im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess erfahren, habe immer geglaubt, Zitat, bei den Judendeportationen in den Osten, Zitat, handele es sich, Zitat, um den Arbeitseinsatz für kriegswichtige Aufgaben. Im Nachhinein war Below allerdings davon überzeugt, dass, wieder Zitat, die Vernichtung der Juden auf ausdrückliche Anweisung Hitlers hin erfolgt sei. Himmler und Göring hätten ohne Wissen Hitlers so etwas nicht unternommen. Aber dort steht auch, Himmler habe sicher Hitler nicht über jede Einzelheit unterrichtet. Und da knüpft wieder Kujau an, der nämlich erklärt, Himmler und Heidrich hätten praktisch ohne Wissen Hitlers gehandelt und ohne Wissen Hitlers die Tötung von vor allen Dingen von Juden und Andersdenkenden, von Millionen von unschuldigen Menschen ohne Hitlers Wissen durchgeführt. Also Kujau bot mit seiner Hitlerfigur ebenfalls eine Entlastungserzählung nach dem Motto, Hitler hat nichts vom Holocaust gewusst. Wir konnten damit ja schon erst recht nichts gewusst haben. Also hier wird für breite Schichten der Bevölkerung, die ja einmal an Hitler geglaubt haben, das muss man sagen, in ihrer Mehrheit, noch in den 70er Jahren tatsächlich eine Entlastungserzählung geschaffen. So, das war es jetzt mal. Ja, vielen Dank. Entsprechend ja auch das Hitlerbild etwa bei David Irving, mit dem Sie sich auseinandergesetzt haben, Herr Funke. David Irving sprang ja auf der ersten Pressekonferenz ziemlich wie so ein HB-Männchen, damals kannte man das noch, aber so wie so ein HB-Männchen auf und rief ja eigentlich ins Mikrofon, das ist gefälscht. Er war eigentlich einer der Ersten, wenn ich der Erste, die das öffentlich machten, wenn ich das richtig sehe. Aber wie Sie ja auch schreiben, entdeckte er später die Potenziale, die so ein, die Anschlussfähigkeit für sein eigenes Hitlerbild und seinen eigenen Geschichtsrevisionismus. Sie haben vor allem am Beispiel der Vernichtungspolitik und der Rolle Hitlers im Zusammenhang mit der Vernichtungspolitik aufgezeigt, dass es sich bei den Tagebuchfälschungen um ein negationistisches Machwerk handelt. Einiges darüber, über diese Form der Verharmlosung und Leugnung haben wir ja gerade schon von Frau Götemacher gehört. Wollen Sie hier vielleicht noch mal an ein paar konkreten Beispielen vertiefen, wie sich das als negationistisches, als leugnendes Machwerk erkennen lässt? Ich fange gern mit David Irving an. Er schrieb seine historischen Texte vom Behind His Hitlers Desk. Er war identifiziert mit Hitler und hat ganz ähnlich, wie Sie es gerade noch mal sehr ausführlich schön beschrieben haben, geglaubt, er kann Hitler als Gütigen, der vom Holocaust nicht wirklich was wusste, beschreiben es sehr viel mehr in das historische Material, hat hineingegangen, hat es manipuliert und der Sinn, und das ist sehr schön von Browning und anderen Historikern aufgeschlüsselt und denunziert worden, er war kein Historiker, er hat manipuliert, auch wenn er zeitweise mit dem Institut für Zeitgeschichte zu kooperieren versucht hat. Das Entscheidende war, er wollte der Rechtsextremen, der neuen deutschen, großdeutschen Bewegung die Argumente liefern und eine Szene, die dann auch mit dem Umfeld von dem Fälscher zu tun hat, war am 9. November 1991 in Halle an der Saale, ziemlich abgerissene Stadt zu jemem Zeitpunkt. Da hat Irving vor hunderten Neonazis aus der ganzen Republik Hess gefeiert und gesagt, das ist der Friedensfürst und die neue deutsche Jugend wird diesen großen Mann wieder zu Ehren verhelfen. Und es gab dann Hitler-Rufe, es gab dann Heil-Hitler-Rufe und er hat sie gelassen. Und diese Szene war für den Richter in London überzeugend dafür, dass das mit dem Historiker wenig anzufangen ist und dass er ein Rassist ist, ein Antisemit und deswegen in einem wunderbaren Urteil von 300 Seiten verurteilt wurde als Rassist und historischer Fälscher. Die Verbindung war, wie du schon gesagt hast, er meinte, wir sollten uns siezen, aber ich merke, dass das nicht geht. Er war also jemand, der 1983 zunächst gesagt hat, das ist gefälscht und hat damit einen großen Aufruhr innerhalb der Pressekonferenz verursacht, weil die ja gerade gesagt haben, das ist das ganz neue Hitler-Bild, was sie beschrieben haben und wenige Wochen später sagt er, das ist doch authentisch. Und wie kann das gehen? Und das ist sehr genau rekonstruiert worden, weil Irving so verstrickt war in das Denken, Revisionismen zu betreiben und der neuen nationalsozialistischen und rechtsextremen Bewegung aufzuhelfen, dass er sagt, das Material brauche ich. Es ist so ähnlich, es ist unterschiedlich, aber das Ziel ist das Gleiche. Die Freiwaschung, wie es einmal gießen hat, Hitlers als Staatsmann, der, wenn er von Holocaust und Krieg verschont gewesen wäre, ein anerkannter Staatsmann gewesen wäre. Und 27 Prozent haben noch 1992, also etwa 20 Millionen Menschen in Deutschland gesagt, das wäre ein toller, ein guter Staatsmann gewesen, wenn man von Holocaust und Krieg absieht. 27 Prozent. Und zum gleichen Zeitpunkt haben 66 Prozent der Westdeutschen gesagt, jetzt machen wir auch einen Schlussflug unter alle Aufarbeitungsversuche und Erinnerungen. Schluss damit. So, insofern passt es in die Zeit, dass man diesen Versuch unternommen hat. Der Versuch ist unternommen worden von Kujau, aber auch vom Stern. Kujau hat sich inspirieren lassen, so könnte man sagen, von Rechtsradikalen, Rechtsextremisten und Neonazis. Unter anderem, das ist im ersten Teil von John Gotts beschrieben worden, durch jemanden wie Lothar Zaulich, der irgendwie in dieser Szene eine Reputation erfahren hat. Und es gab Kontakte zu Peter Stöckicht, einem zeitweisen Abgeordneten der NPD und Anwalt. Und vor allem mit dem damals großen Strategen, nämlich Michael Kühn, der neonazistischen Holocaust-Leugnungsszene. Und es gab dann auch eine Begegnung wiederum mit David Irving zwischen Michael Kühn und David Irving und anderen in der Konferenz, sogenannten Konferenz in München 1990, Wahrheit macht frei. Das ist sehr umstritten gewesen. Es gab dann Gegenversuche auch seitens der Polizei. Wer war die zentrale Figur? David Irving. Das heißt, Michael Kühnen war sozusagen ein Mastermind im Hinterkopf dieses Kujau. Das heißt, es gab diesen zentralen Konnex zur rechtsextremen und neonazistischen Szene. Einer von denen, die Michael Kühn begleitet haben, ist heute noch in der neonazistischen Szene aktiv. Der Mann heißt Andreas Worg, also einer der Leiter oder bisherigen Leiter der kleinen neonazistischen Partei, die Rechte. Das heißt, wir haben in dem rechtsextremen und neonazistischen Umfeld eine Beziehungsstruktur zu Kujau und dem Text. Wir haben aber auch eine, wie angedeutet, was das Milieu anlangt. Das ist in den 80er Jahren, als das erschien, große Teile der Bevölkerung gab, die sagten, dieser Hitler ist ohne die furchtbaren Verbrechen ein guter Staatsmann. Ich gehe jetzt nochmal im engeren Sinn auf deine Frage ein, nämlich an zwei, drei Beispielen. Also, das ist das Machwerk für 1,8 Millionen Menschen am 25. April 1983. Hitlers Tagebücher entdeckt. Dann haben Sie hier noch einmal eine große, bunte Präsentation der Tagebücher. Und dabei den Satz, die Geschichte des Dritten Reichs wird in großen Teilen neu geschrieben werden müssen. Dann haben wir, Sie haben es schon erwähnt, die Situation, und zwar am 25. April 1983. Das heißt, es war der Redaktion bekannt, was sie veröffentlichten. Nämlich, noch einmal, hier unten, was Hitler am Terror der Reichskristallnacht nicht gefiel. Sie haben das ja zurechtgerückt. Deswegen mache ich nur noch ein wörtliches Zitat aus dieser schwer zu identifizierenden Halbsütterlin- oder auch Nichtschrift. Und da heißt es dann wörtlich, die Kundgebung gegen Juden im Reich, Hitler also, in der Version von Kujau, diese nehmen überhand, habe, ohne Komma, habe auch schon mit Göring, Dr. Goebbels und Lutze gesprochen. Es geht nicht, dass unserer Wirtschaft durch einige Hitzköpfe, Millionen und Abermillionen Werte vernichtet werden. Allein schon an Glas. Meldung, mir wird von einigen unschönen Übergriffen, einiger Uniformträger gemeldet, an einigen Orten auch von erschlagenen Juden und jüdischen Selbstmordn. Sind diese Leute denn verrückt geworden? Was soll das Ausland dazu sagen? Werde sofort die nötigen Befehle herausgeben. 10. November 1938. Nachdem Sie das alles schon richtig gestellt haben, mache ich dazu keine weiteren Kommentare. Ein letztes Beispiel über die Situation nach Beginn des Angelskriegs auf Polen und dem Georg-Elser-Attentat vom 8. November 1939 in München. Er hat das zusammengezogen und zu Himmler Folgendes nach Kujau gesagt. Ich glaube fest, dass die Verantwortlichen in meiner nächsten Umgebung zu suchen sind. Wäre das Gefühl nicht los, dass Himmler, nachdem ich ihm angedroht habe, ihm wegen der Anschuldigung in Polen zu brutal, wegen Missachtung meiner Befehle vor ein Parteigericht zu stellen, etwas damit zu tun hat, dieser hinterhältige Kleintierzüchter mit seinem Drang zur Macht, dieser undurchsichtige Buchhalter-Typ, wird mich auch kennenlernen. Habe sofort eine strenge und gründliche Untersuchung angeordnet. Da zeigt sich ein Himmler-Bild, das Kujau im Grunde nicht nur Hitler entlastet, wie Sie es beschrieben haben, sondern auch Himmler, weil Himmler nicht tut, was nötig ist zur Ermordung der Juden und einer brutalen Angriffspolitik. Und deswegen noch einmal aus dem Buch selbst eine Passage auf Seite 576 dieses Buches. Ich hatte die Aufgabe, jeweils die Jahre ein wenig zu skizzieren und dann wörtliche Zitate einzufügen von Kujau. Ich zitiere also, Kujau spricht auch nach dem Mord an mehreren Millionen Juden 1943 lediglich von dem zu klärenden Judenproblem. 1943, nachdem etwa an die vier Millionen Judinnen und Juden umgebracht worden waren und in einer Weisung Hitlers an Himmler sich um diese Probleme zu kümmern. Wörtliches Zitat vom 23.6.1943, tägliche Lagebesprechung. Sorge macht mir unser Judenproblem. Nach den mir vorliegenden neuesten Meldungen will sie keiner haben. Horti, Machthaber in Ungarn, hat wieder abgelehnt. Gebe Himmler nochmals Weisung, sich in erster Linie um dieses Problem zu kümmern. Die, wörtliches Zitat, Zitat Ende. Die Ermordungsmaßnahmen erfolgten 1943 weiterhin Schlag auf Schlag. Im März 1943 begann die Deportation von etwa 45.000 Juden aus Saloniki nach Auschwitz. Im April und Mai kam es zu dem verzweifelten Aufstand der jüdischen Bevölkerung im Warschauer Ghetto, über den Marek Edelmann auch hier im Bundestag berichtet hat. Am 5. Juni wurden aus den Niederlanden 1250 Kinder unter 16 Jahren deportiert und im KZ Zobibor ermordet. Am 7. Juni erhielt Himmler die Ergebnisse von medizinischen Experimenten mit Menschen. Im KZ Ravensbrück wurden Frauen zur Untersuchung von Sterilisationsmethoden missbraucht. Am 21. Juni befahl Himmler die Auflösung aller jüdischen Ghettos in Polen. Und der Weg der Ghettobewohner führte über die Vernichtungslage in den Tod. So und zwei Tage später kommt diese Aussage, die sagt, Sorge macht mir unser Judenproblem, wir müssen sie irgendwo hinbringen. Und das zeigt das ganze Ausmaß der Verzerrung, der Entkernung dessen, um was es im Nationalsozialismus und mit Hitler ging. Und damit schließe ich. Herzlichen Dank erstmal für diese Einblicke, dass das konsistent ist mit rechtsextremen Geschichtserzählungen der Zeit. Das ist, glaube ich, sehr deutlich jetzt geworden durch die Beispiele. Wenn Sie zum Beispiel gucken in das 1980 erschienene Buch Ich, Adolf Eichmann mit dem Vorwort von Rudolf Aschenauer, da finden Sie genau einen Hitler, wie Kujau ihn zeichnet, einen, der keine Vernichtung will, sondern nach einer territorialen Lösung sucht. Das Bild Himmler, Heidrich, eine kleine Clique, die möglicherweise sogar selbst jüdisch ist, hat die Vernichtungspolitik in viel kleinem Umfang, als es behauptet wird, durchgeführt. Das geschah eigentlich im Wesentlichen, um die Zionisten zu unterstützen und den Staat Israel quasi vorzubereiten. Das ist eines der relativ frühen Motive, das im Rechtsextremismus verbreitet wird. Das erklärt vielleicht auch, warum Kujau, wenn wir ihn als Rechtsextrem lesen, so vehement sozusagen Himmler und Heidrich hier die Schuld zuschiebt und Hitler als Hintergang zeigt. Ich bin trotzdem, ich frage mich trotzdem ganz praktisch, auf welche Quellen sich Kujau denn stützen könnte, womit er denn gearbeitet hat. Frau Görtemacher, Sie hatten ja schon zwei Dinge erwähnt, Domarus, glaube ich, vierbändige Ausgabe der Hitler-Reden, Käsings Archiv der Gegenwart und das Kriegstagebuch des OKW, das ja damals, glaube ich, auch schon relativ gut greifbar publiziert war. Ich habe mal noch ein paar andere Stichproben gemacht, zum Beispiel Aschenauers Vorwort enthält eine Reihe von, zu diesem Buch, ich, Adolf Eichmann am Rechtsextremen Truffel Verlag, enthält eine Reihe von taggenauen Tagesangaben, Einträgen, die wir bei Kujau gar nicht finden. Das spiegelt sich da überhaupt nicht. Ich sehe aber auch sonst in dem rechtsextremen Schrifttum, vor allem auch der Memoirenliteratur, sehe ich nicht, dass das unmittelbar in die Tagebücher eingeflossen wäre. Gerade Ilse Hess aus dem engen Umfeld hätte man ja durchaus zitieren können oder andere. Ich habe dann auch mal geguckt, ob wir vielleicht Einträge finden, die sich spiegeln mit dem originären NS-Schrifttum. Eine Stichprobe, die ich gemacht habe, sind die Daten der Geschichte der NSDAP, herausgegeben von Volz, 38, relativ weit verbreitet. Da ist faktisch gar keine auffällige Übereinstimmung festzustellen. Also es ist überhaupt nicht so, dass man sagen kann, er hatte jetzt das NS-Schrifttum der Zeit auf seinem Schreibtisch zu liegen. Wo ich allerdings Übereinstimmung gefunden habe, das waren so ein paar zeitgenössische Werke. Also Hilgrubers Chronik des Zweiten Weltkriegs, die ja 1979 und 1978 an der zweiten Auflage erschienen war. Da gibt es schon ein paar deutlich auffällige Übereinstimmungen. Oder auch das Droste-Geschichtskalendarium, das allerdings erst 82, 83 erschienen ist. Was mir ein bisschen spät scheint, aber auch da sind die Übereinstimmungen teilweise auffallend. Ja, aber das ist schwierig zu sagen. Ich meine, ich sitze da eher aufs Käsings Archiv der Gegenwart. Für mich seit 1931 ist das erschienen. Aber hier verkennen wir einfach, unter welchem Zeitdruck der Fälscher gestanden hat. Er hat ja, Kujo hat ja schon Mitte der, Anfang Mitte der 70er Jahre gefälscht. Also nicht nur Briefe von Hitler gefälscht, sondern tatsächlich auch Bilder, Aquarelle von Hitler. Das war dann auch, ist dann auch durch die Presse gegangen. Und anderes, auch Historiker haben falsche Quellen von Kujau Dokumente gekauft. Eberhard Jeckel beispielsweise, das ist auch in einem Band von Hitlerbriefen, die Jeckel herausgegeben hat, eingegangen. Aber nachdem er, was er zunächst nicht wollte, das Tagebuch existierte ja schon Jahre vorher, ein Tagebuch, das Kujau geschrieben hat. Nachdem er dann diesen Kontakt zu Gerd Heidemann hatte, der davon gehört hat von diesem Tagebuch und unbedingt den Kontakt zu Kujau wollte, den Kujau erst offenbar nicht wollte, weil er natürlich als Fälscher nicht auffallen oder auffallen wollte, aufgedeckt werden wollte. Also für ihn war das natürlich auch ein gefährliches Unterfangen. Stand er, nachdem er sich mit Heidemann und dem Stern eingelassen hat und dafür schon zwei Millionen Mark bekommen hat für das Auffinden, hieß es ja, dass dieser Bücher stand unter enormem Produktionsdruck, es gab ja nur ein Buch und jetzt musste er diese ganzen anderen 27, die ja erst avisiert waren, ja noch schreiben. Das heißt, er hatte natürlich keine Zeit, sich die einschlägige Literatur zusammenzusammeln und jetzt unter Bergen von irgendwelchen Büchern dort zu sitzen und alles zusammenzukritzeln. Also das ist undenkbar und von daher gehe ich davon aus, dass er wenige Vorlagen hatte. Er brauchte ja auch gar nicht so viel. Also natürlich das Kriegstagebuch des OKW, das ist, denke ich, unbestritten eine Chronologie der geschichtlichen Ereignisse, die er benutzt hat, weil, was auch auffällt, ist, dass es erst mal sehr unpersönlich zugeht. Also da wird dann über, was weiß ich, die Erhöhung des Kohlepreises, also es sind im Grunde so Kurzaufzeichnungen, manchmal auch Halbsätze von irgendwelchen historischen Ereignissen und man fragt sich, wo ist denn das Persönliche daran? So, das kommt dann erst am Ende eines Tagebuchs, wo es dann tatsächlich auch heißt, persönlich, privat und wo dann dieser fiktive Hitler noch einmal dann tatsächlich auch auf Parteigenossen, Eva Braun ist eben immer ein Thema oder persönliche Gedanken sozusagen eingeht. Aber zunächst mal ist es ziemlich unpersönlich. Also ich denke, Chronologie, dann natürlich Domarus, denn mit Domarus hatte er ja ein Itinerar. Also er wusste, wo ist Hitler gewesen, denn das sind im Grunde die Reden, Proklamationen, bei Max Domarus abgedruckt, aus dem Völkischen Beobachter, so wie sie damals im Völkischen Beobachter erschienen sind. Also wenn Hitler eine Rede hielt, dann war die natürlich im Völkischen Beobachter abgedruckt und dann konnte man auch sehen, wo hat er sie gehalten, wann hat er sie gehalten, vor welchem Publikum hat er sie gehalten. Das findet sich bei Domarus wieder und das konnte dann auch Kujau sehen. Nur was er macht, oft wird ja gesagt, er hat den Domarus abgeschrieben. Das stimmt eben nicht, denn der Hitler in Domarus ist im Grunde, sagen wir mal, der authentische Hitler, wie er auch in seinen Reden erscheint. Nur der Inhalt der Hitlerreden, den übernimmt Kujau nicht, weil er ja eine ganz andere Hitlerfigur kreieren will, die mit diesem Hitler, wie er in seinen Reden tatsächlich erschienen ist, mit einer brutalen Sprache, zynisch, antisemitisch, rassistisch, das kommt eben bei Kujau nicht vor. Das ist ein ganz anderer, Hitler ist im Grunde bei Kujau ein Held. Und man merkt auch, wenn man das liest, dass sich dieser Kujau oder wie auch immer, Kujau selber persönlich auch, sich damit identifiziert hat tatsächlich. Sagte er auch später in einer Talkshow ganz stolz. Aber sicherlich, wie auch deutlich wurde, ist nicht nur allein er für dieses Werk da verantwortlich zu zeichnen. Und dann ist auch wichtig nochmal, sowohl Kujau als auch Heidemann bewegten sich in einem Umfeld von Altnazis, nicht nur Neonazis. Also dazu gehören eben beispielsweise Hans Bauer, der wohl auch den Kujau gekannt hat, Erich Kemka, also Menschen, die aus Hitlers innerstem Zirkel, dann aber auch Wilhelm Mondtke, der letzte Kampfkommandant der Reichskanzlei Karl Wolf, ein vertrauter und engster Mitarbeiter von Heinrich Himmler, SS-General. Wolf und Mondtke waren die Trauzeugen von Heidemann. Also Heidemann hat einen ganz engen Kontakt zu diesen, unter anderem auch zu Edda Göring, Wolf-Rüdiger Hess, zu diesen Nazis und ihren Kindern im Grunde auch gesucht, hat sich mit denen getroffen. Dann war Heidemann besessen davon der Vorstellung, dass Bormann noch lebt, ist also tatsächlich mit Karl Wolf nach Südamerika gereist, um Bormann zu finden und solche Sachen. Also da sieht man das Ausmaß auch des Warns, der dort stattgefunden hat. Ich werde da gleich nochmal darauf zurückkommen, also als Frage an Sie alle, weil mich das natürlich brennend interessiert, diese Verbindung. Herr Götz, Sie... Ich wollte nur, als wir dann Kujau angeguckt haben, also wer fälscht falsch, was ich da vorher sagte, es war für mich sehr erstaunlich zu sehen, dass Kujau sich immer wieder als Nationalsozialist bezeichnet hat. Also Kujau ist häufig in der DDR gereist und da sieht man irgendwie aus Berichte, die weit vor dem Skandal geschrieben worden sind, also Stasi-Berichte, dass er so mehrere Leute erzählt hätte, er würde gerne die Arbeit des NSDAP weiterführen. Also er hat neonazistische Literatur in der DDR eingeschmuggelt. Er ist in Stuttgart mehrfach mit SS-Uniform durch die Stadt gelaufen. Also Sieg Heil, also hat er häufiger da in sein Stammlokal irgendwie gerufen. Also er trug ein Hakenkreuzring, also auch bei seiner Verhaftung. Also die Vorstellung, dass er da nur dieses so Witzbold sei, dieses so lustige Mann, also widersprach eigentlich, was Likes zu finden sei über ihn. Und dann fingen wir an sozusagen in sein Umfeld zu recherchieren und darüber kann ich auch reden, aber ich wollte nur das kurz wegen Kujau und sein, also sein Selbstverständnis. Also das ist nicht meine Analyse, sondern sein Selbstverständnis. Sein Vater, Kujaus Vater war Mitglied der NSDAP seit 1931. Ich denke, das ist eine bleibende Erkenntnis, die wir Ihrer Dokumentation verdanken, dass wir Kujau nicht als diese Witzfigur betrachten müssen, sondern als einen Nationalsozialisten und Neonazi, der überzeugt ist von dem, was er da gefälscht hat. Aber verzeihen Sie mir, wenn ich da so insistiere. Ich frage trotzdem noch mal ein bisschen nach. Und die Frage richtet sich jetzt an Sie alle. Wer zuerst zuckt, kann dann wie beim Volleyball den Ball aufnehmen. Das, was Sie beschrieben haben, wirkt ja nun nicht wie ein Coup, wie eine gezielte, rechtsextreme, von mehreren Leuten vorbereitete oder von einem Netzwerk vorbereitete Intervention in die Geschichtspolitik, wie wir sie in der Holocaust-Leugnungskampagne der 1970er haben, wie wir sie in der Hess-Kampagne haben oder eben auch in den Ereignissen, die ihren Anlauf nehmen mit dem Wahlmacht-Freikongress und dem sozusagen Versuch, die nationalistische Welle im Schatten des Einigungsprozesses auszunutzen, was ja 1990 mit dieser Tour noch durch die DDR, die Irving macht damals, seinen Anlauf nimmt. Kann man wirklich davon ausgehen, dass hier ein rechtsextremes Netzwerk mit einer Strategie, mit einer Zielsetzung versucht hat, in die Geschichtspolitik zu intervenieren? Oder müssen wir nicht doch eher den getriebenen Neonazi-Fälscher sehen, der ein Interesse bedient, mit dem er selber nicht gerechnet hat? Ein bisschen klang das bei Ihnen gerade so, Frau Götter-Macker. Ich glaube, die Frage wird uns in der Forschung noch weiter beschäftigen müssen. Wer hat hier wirklich mitgewirkt und kann man hier wirklich von einem gezielten Vorgehens sprechen? Bisher wissen wir das tatsächlich nicht. Das ist ja im Grunde der Anfang, einmal wirklich zu zeigen, dass das hier kein Klamauk war, sondern ernstzunehmend der Versuch einer Revision tatsächlich ist, einer revisionistischen Geschichtsdarstellung. Aber wer alles mitgewirkt hat, wer Kujau beeinflusst hat, ob Heidemann irgendwann auch gewusst hat, dass der Kujau das gefälscht hat oder andere auch, dass das tatsächlich eine Fälschung ist, das ist ja auch möglich. Aber das sind alles Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Der Vorgang, so wie ich ihn bisher kenne, dass Heidemann tatsächlich den Kontakt zu Kujau gesucht hat, Kujau vorher schon als Fälscher unterwegs war, auch vor allen Dingen in diesen 70er Jahren, dieser Hitlerwelle, in der man im Grunde solche Dokumente, denen die sowas besaßen, aus den Händen gerissen hat. Historiker waren ja schon Jahrzehnte vorher immer auf der Suche nach authentischen Dokumenten von Adolf Hitler. Wir wissen ja, dass er gegen in der letzten Woche seines Lebens noch alle persönlichen Dokumente hat vernichten lassen. Auf dem Obersalzberg, in München, in Berlin, die Tresore wurden geleert, es wurde verbrannt. Der Adjutant Julius Schaub und auch andere von der SS haben dort große Verbrennungsaktionen gestartet. Und dann einer der letzten Briefe von Eva Braun an ihre Schwester, wo sie schrieb, die Briefe des Führers an mich und meine Antwortentwürfe an ihn, bitte nicht vernichten, wasserdicht verpacken. Ja, das war für Historiker natürlich unglaublich und alle machten sich auf die Suche nach diesen Briefen. Also nun kommt da jemand und behauptet, er hätte die Tagebücher von Hitler tatsächlich gefunden. Das war eigentlich zu gut, um wahr zu sein und die Journalisten konnten dem eigentlich kaum widerstehen. Aber ob das jetzt eine gezielte Aktion war, diese, wie gesagt, Heidemann sucht den Kontakt zu Kuja, so wie ich das bisher weiß, das muss ich noch zeigen. Also bisher denke ich nicht, dass es eine solche gezielte verabredete Aktion von Anfang an gewesen ist. Das zwar nicht, das zwar nicht, aber wenn man eine solche über Jahre bewusst betriebene Entlastung produziert und Kuja selbst in diesem neonazistischen und rechtsextremen Alt- und Neonazi verkehrt, dann ist es ja nicht ganz zufällig. Und meine Erfahrungen im Bereich des Rechtsextremismus und des Neonazismus zeigen, dass es ein großes Interesse gab zu dieser Entlastung. Und zwar in diesen zentralen Elementen Antisemitismus, Rassismus und ermordete Juden. Es war ein klassischer, sekundärer Antisemitismus damit präsentiert. Und wenn du das über Jahre machst, dann ist eine gewisse Intention ja auch vorhanden. Nicht in dem Sinne, dass man sozusagen wie in einem, was weiß ich, in einem kühnischen Strategieentwurf die NSDAP wieder hochholen will, aber doch in dem Sinne, dass die gesamten Aufarbeitungsversuche denunziert werden sollen, abgewehrt werden sollen. Und in diesem Kontext, dieser Abwehr, da hat, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, der Stern eine zentrale Rolle. Dass er das mitgemacht hat und dass er die eben zitierten, aus diesem Text zitierten, aus diesem Exempel zitierten Textpassagen hingenommen hat und unterstützt hat, ausdrücklich. Das zeigt, dass es eine Strategie des Stern war, der Entlastung. Für Millionen und vermutlich, wenn man die Umfragen ernst nimmt, mehr als Millionen, sondern bis zu 20 Millionen Menschen. Herausgeber war Henry Nunn. Henry Nunn war nicht nur Herausgeber. Er hat zwei Jahre lang sich darum gekümmert und es mitbetrieben und mit Heidemann überlegt, wann kommt es raus. Und es steht in dieser Ausgabe, dass die Geschichte des Nationalsozialismus umgeschrieben werden muss. Und dann war die Chefredaktion dabei. Peter Koch, Felix Schmidt, Rolf Gilhausen und eben die für die Zeitgeschichte zuständigen Thomas Walder und vor allem Gerd Heidemann. Nein, das war absichtsvoll und hatte zum Ziel die Entlastung Hitlers und des Nationalsozialismus und indirekt, naheliegenderweise auch von Henry Nunn selbst. Ich würde gerne nur, also wir haben nicht nur die Tagebücher sozusagen ausgewertet. Wir haben die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Hamburg, also so die Ermittlungsakten ausgewertet. Und da drin ist ein sehr interessanter Vertrag zwischen Guna und Jahn Stern, also mit der sogenannten Bormann-Gruppe. Also das ist ja ein Moment komplex. Also Gerd Heidemann ist im Prinzip reingelegt auf zwei Seiten. Also erstens bei Kujau, der die Tagebücher geliefert hat. Und er hatte eine Zweitquelle, er hatte einen direkten Zugang, dachte er, zu Martin Bormann. Und es gab einen ehemaligen SS-Mann, mit dem er regelmäßig, täglich, wir kennen die Tonaufnahmen, also eigentlich sozusagen Heidemann hat alles aufgezeichnet. Denn Heidemann ist überzeugt gewesen, dass er immer wieder, wenn es Fragen gab in dem Tagebuch, Sachen, die er nicht wusste, also Sachen, die nichts in der Literatur stand, konnte er bei Martin Bormann über diese Kontaktmann nachfragen. Stimmt das zum Beispiel, dass es ein goldenes Parteiarbzeichen mit Brillanten gegeben hat zum Beispiel? Dann hatte irgendwie ein Mann bei Martin Bormann nachgefragt und Martin Bormann sagte, ja, ja, klar, das habe ich bekommen da und so. So geht die Geschichte. So funktionierte das. Und es gibt aber einen Vertrag zwischen Grüne und Jahr und dieser Bormann-Gruppe, dieser fiktiven Bormann-Gruppe, Bormann war tot, ich rede jetzt sozusagen über eine fiktive Welt, die gelebt haben, wo es darum geht, dass die Bormann-Gruppe unzufrieden sei, mit wie die Bundesrepublik Deutschland die Nazizeit aufgearbeitet hat und werde jetzt Dokumente liefern, das zu ändern. Und dafür bekam die Bormann-Gruppe 200.000 D-Mark. Das ist für mich Absicht. Vielen Dank. Also, um es nur noch mal ganz kurz klarzustellen, natürlich, dass es keine Missverständnisse gibt, Bormann war genauso wenig am Leben, wie Hitler Tagebücher geschrieben hat. Es war natürlich, sagten Sie ja, ein fiktiver Bormann. Auch Historiker können nicht aus der Geschichte aussteigen. Und das zeigt sich eben nach 1950, auch beim EFZ, die Gründung 1950, dass viele Historiker dort auch eine NS-Vergangenheit hatten und tatsächlich sich auch auf die Aussagen früherer Nationalsozialisten stützten. Auch gerade von Martin Broschart wurden sie als Quellen ersten Ranges bezeichnet. Und das hat mich immer in meiner Arbeit gewundert. Das ist eigentlich bis heute so, dass es keine, gerade was die Hitler-Forschung angeht, eine recht schlechte Quellenkritik gibt, sondern man sich auf die Erinnerungsliteratur stützt in der Aussage über Hitler als Person, über seine Rolle im Nationalsozialismus, selbst heute noch. Und dort sieht man, wie wirkmächtig Erinnerungen sind. Es gab drei Länder, die mit den Hitler-Tagebüchern beschäftigt waren, außer die Bundesrepublik Deutschland. Das war Großbritannien, USA und die DDR. Und alle drei sind schnell zu der Schlussfolgerung gekommen. Also Newsweek hat die Tagebücher nicht gekauft. Also die Sunday Times kam mit der Geschichte raus, dass das ein Werk von Neonazis sei und die DDR hatte am nächsten Tag gesagt, das sei eine Fälschung. Es hat schon was mit der Bundesrepublik zu tun, wenn Sie mich fragen. Die Forderung von Josef Ulf, mit der ich eingestiegen bin nach einer Memoaristik, einer kritischen Aufarbeitung der Memoaristik des Dritten Reiches, ist bis heute nicht eingelöst. Und was mich als professionellen empirischen Rechtsextremismusforscher, ja, was ich als ein großes Manko sehe, ist auch die Fülle, die wirklich große, breite Fülle rechtsextremistischer Interventionen in unser Geschichtsbild, die riesengroße Auflagen und heute auch sehr viele Angebote im Internet umfasst, ist nicht in keiner Weise adäquat einer wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen worden. Vielleicht ist das ein Grund dafür, oder eine der Erklärungen dafür, warum man heute so ziemlich alles erzählen kann über den Nationalsozialismus und Leute findet, die sagen, ist deine Meinung, kann man so vertreten oder nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich für unser Podium. Wir hätten hier gerne noch eine Stunde weitermachen können. Ich glaube, da spreche ich auch vor das Publikum im Internet wie live hier. Wir können es aber leider nicht heute Abend. Es gibt vielleicht noch weitere Gelegenheiten. In Potsdam haben wir in Kürze, Anfang Juli, einen Workshop zum Thema Negationismus, der das Ganze auch thematisiert. Frau Goethe-Marker, Sie sind ja auch dabei, der das auch thematisiert. Wenn Sie Interesse daran haben, gucken Sie sich mal auf unserer MMZ-Webseite um. Ich würde mich sehr freuen, Sie bei der nächsten Veranstaltung im November wiederzusehen. Die Topografie des Terrors wird sich sehr freuen, Sie bei den folgenden Veranstaltungen, ich glaube, nächste Woche geht es gleich weiter, Frau Riedle, wiederzusehen. Und mein ganz großer Dank gilt wieder mal der Technik, weil wir schon wieder überzogen haben. Herzlichen Dank, wir geloben, dass wir uns bessern. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg und einen angenehmen Sommerabend. Und dass wir bald ein bisschen Regen bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.